Keanu Revis hat viele Facetten. Er hat bei einem Kunstprojekt mitgemacht und fährt gerne Motorrad. In Berlin ging es aber um Aktion. Der Hollywood-Star kehrt als Aktion hält zurück. In Berlin hat Keanu Revis sein neues Werk John Wick, Kapitel 2 vorgestellt. Darin spielt er einen Killer, der eigentlich in den Ruhestand wollte. Um einen Schwur zu erfüllen, muss er nach Rom reisen, wo er mit einigen der gefährlichsten Killer der Welt konfrontiert wird. Der Film von Kat Stalski startet am 16. Februar im Kino.com Blaue Flecken oder Wunden zugezogen Ich mag diese Rolle sehr gern, sagte Revis über die Fortsetzung. Trotz der ganzen Aktion habe er sich nicht sonderlich viele blaue Flecken oder Wunden zugezogen. Zur Frage, ob die Gewalt auf der Leinwand Gewalt im wahren Leben auslösen könnte, meinte der 52-Jährige, wenn du ein gesunder Mensch bist, nein. Mit dem Motorrad durch Kalifornien er noch immer düster mit dem Motorrad durch Kalifornien, gestand Revis in Berlin. Er fahre aber wahrscheinlich nicht mehr so schnell wie früher. Eine junge Frau habe ihm in München mal das Motorradfahren gezeigt. Er komme nicht mehr auf ihren Namen. Falls Sie da draußen sind, danke. Revis sagte auch, dass er gerne mal in Berlin arbeiten würde. Eines seiner nächsten Projekte ist der romantische Trailer Siberia.